Ja, ganz herzlich willkommen. Heute haben wir einen, ja ich bin sicher, ganz spannenden Digi-Health-Talk mit Professor Andreas Körber, niedergelassener Hautarzt aus Essen. Und das Thema ist Hautkrebsfrüherkennung. Andreas, erzähl mal, wir haben ja diese Woche noch lesen können, von Professor Schadendorf, da muss man schon sagen, einer der weltweit bekanntesten Dermatonkologen, Hautkrebs nimmt zu. Das bedeutet, die Patienten, die Menschen können das Thema nicht mehr negieren, sie müssen sich damit befassen. Und wie ist überhaupt die Empfehlung heute? Wie oft soll jemand zum Hautarzt gehen? Vielen Dank für die Frage. In der Regel haben wir das ja so, dass Patienten alle zwei Jahre zu uns in die Praxis kommen sollen, um sicherzustellen, dass weder ein schwarzer noch ein heller Hautkrebs im Laufe der Zeit entstanden ist. Das Risiko wird immer größer, stellt auch einen der häufigsten Diagnose in der normalen, täglichen dermatologischen Praxis dar und einen der häufigsten Gründe für die Operation, die wir machen. Etwas salopp gesagt, werden wir zu alt für unsere Haut und kriegen zu viel Sonne ab. Und das sehen wir halt, insbesondere bei Menschen über 60 Jahren. So, und jetzt bedeutet das, also nur damit die Menschen das verstehen, die gehen zum Hautarzt und dann quasi ziehen sie sich aus und der Hautarzt sieht sich die ganze Haut an. Das ist richtig, ja? Absolut. Die Menschen müssen sich bis auf die Unterwäsche bei uns ausziehen. Wir schauen von der Fußsohle in jede Körperspalte bis zum H-Ansatz, je nach H-Masse. Bei meiner Frisur geht es auch, dass man sich die Kopfhaut anguckt. Bei mehrhahn empfehlen wir das zum Teil auch beim Friseur machen zu lassen und dann nochmal gezielt zu schauen. Aber man muss sagen, ansonsten, es tut nicht weh, es ist auch kein Schamgefühl, weil man beim Arzt ist, man braucht keine Bedenken zu haben. Absolut nicht. Und jetzt gibt es aber was Neues oder was mehr, ich sage mal, mehr und mehr nach außen getragen wird. Das ist eine Früherkennung per App. Wie ist das Ganze losgegangen? Die Geschichte existiert schon seit einigen Jahren. Die kam auch hier aus der hiesigen Essener Hautklinik. Dort hat ein junger Kollege, Herr Brinker, der jetzt nach Heidelberg gewechselt ist, eine App entwickelt, die Muttermale erkennen und abgleichen soll. Das heißt, der Patient kann zu Hause ein Bild eines auffälligen Muttermals machen, das Ganze einschicken und ein Dermatologe beurteilt das und gibt eine Handlungsempfehlung zurück. Das heißt, man erspart sich zum Teil den Gang zum Hautarzt und kann, gerade wenn man Sorge hat oder auch eine Barriere zum Arzt zu gehen, zu Hause eine Empfehlung eines Facharztes bekommen. Das ist leider noch nicht überall in Deutschland zugelassen, weil es ein sogenanntes Fernmeldegesetz gibt, was bei uns im Moment noch verhindert, dass es in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Also in Nordrhein-Westfalen geht das demnach noch nicht, aber in anderen Bundesländern, wo ist das schon möglich? Das ist rund um Heidelberg möglich. Die Nation teilt sich ja an KV-Bezirke, so heißt das Ganze, und in zwei KV-Bezirken ist das schon möglich. Der Patient muss das Ganze zahlen. Das kostet einen gewissen Betrag. Ja, es wird nicht von der Krankenkasse übernommen, hilft aber zügig eine Antwort bekommen und gerade auch interessant für Menschen, die vielleicht wenig Zeit haben und sich den Gang damit zum Arzt ersparen wollen. Lieber Andi, ich habe mal eine Frage. Wir haben ja lange darüber gedacht, bei Gesundheits-Apps, Dermatologie-Apps, wo ich irgendwelche Fotos von mir mache, die dann später irgendjemand nachschaut. Ist das wirklich gut? Ist das medizinisch verwertbar? Heute gibt es Peer-Reviewed-Journal-Studien, die sagen, da wurde eine Maschine mit 100.000 Fotos trainiert und in 93% der Fälle hat die Maschine richtig positive Hautkrebsfälle identifiziert in der Kontrollgruppe. Bei rund 50 Dermatologen waren es nur 89% der Fälle. Zeigt einfach, wir haben heute Technologien, die eben sehr wichtig sind und die heute in der Arztpraxis eingesetzt werden. Wie schätzt du das ein? Stand heute würde ich mich noch auf keine App verlassen, wo ausschließlich ein Computer ein Muttermal beurteilt. Diese Kombination mit dem Arzt, wie es im Moment stattfindet, ist für mich im Moment das Ideale, was stattfindet, weil auch noch ein Mensch drüber schaut. Auf der anderen Seite, was du gerade berichtet hast, solche Devices haben wir in der Regel in der Praxis und die sollten auch fast in jeder Praxis vorgehalten werden. Das heißt, wir schauen uns die Patienten an, untersuchen die Muttermale und wenn uns ein bestimmtes Muttermal auffällt, dann haben wir die Möglichkeit quasi einen Computer mit dazu zu nehmen, der diese Datenbank besitzt und das Muttermal aufnimmt und uns eine Zweitmeinung gibt. Und ja, insbesondere bei ganz, ganz frühen Veränderungen Richtung schwarzer Hautkrebs, soll die Maschine besser sein als wir. Sie hat häufiger die richtige Diagnose, hat auf der anderen Seite etwas häufiger auch die Sache, nimm lieber raus, obwohl es in Ordnung ist. Aber insgesamt kann man solche Technologien unterstützen und wir hoffen, dass es in Zukunft noch weiter mehr wird. Wird es in Zukunft sein, dass der neue Goldstandard wird? Ich erkenne einen Dermatologen, einen guten, wenn er eben solche digitalen Techniken erstmal damit was anfangen kann und auch nutzt in der Praxis oder ist das zu weit hergeholt? Ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen weit. Ich glaube, es kann im Moment nichts die Erfahrung eines Dermatologen vollkommen ersetzen, aber es ist ein Hilfsmittel, was wir in Einzelfällen einsetzen sollten, um unnötige Operationen zu vermeiden. Darum geht es ja. Die Sachen rausnehmen, die raus müssen, aber nicht unnötig viele Muttermale wegnehmen. Gerade bei Menschen, die viele Muttermale haben, wäre das fatal, wenn wir den 20, 30 umsonst rausnehmen. Einziger Pferdefuß an der Geschichte ist, dass es die gesetzliche Kasse im Moment noch nicht übernimmt. Das heißt, wenn wir solche Technologien einsetzen, muss der Patient das selber zahlen. Andreas, das war total aufschlussreich. Also wenn ich das einmal zusammenfassen darf, dann ist es so, die Hautkrebsfrüherkennung-App, die basiert heute darauf, und das können die Menschen anwenden auf einer Kombination quasi von Mensch und Maschine. Die Hautärzte, die erfahrenen Hautärzte beurteilen am Schluss diese Veränderung. Daneben gibt es eine wirklich maschinell mit künstlicher Intelligenz unterlegte Auswertung. Das ist was, was die Hautärzte oder manche Hautärzte nutzen, um dann gerade in, ich sage mal, schwierigen differenzialdiagnostischen Formen wieder einen Schritt weiter zu kommen. Genau. Insgesamt geht es in unserem Tun darum, Schaden zu vermeiden und Unnötiges zu verhindern. Und jetzt nur mal eine Zahl. Die Kollegen haben etwa 800 eingeschickte Male untersucht und haben jetzt, ist noch nicht veröffentlicht, aber die Daten existieren schon etwa 70 bis 80 Prozent der Hautarztbesuche können durch die App verhindert werden, weil man sagen kann, es ist nicht so schlimm. Ja, die Antwort ist, es ist kein Handlungsbedarf und man erspart sich unter Umständen auch einen Hautarztbesuch. Ich sehe es auch nicht als Konkurrenz an, weil wir haben so viel zu tun und freuen uns, in derart banale Fälle vielleicht gar nicht erst zu uns kommen. Ich glaube, das ist ein super Beispiel, wo es eben nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander, eine Entlastung und wo die Dermatologen dann wieder mehr Zeit haben, um sich vielleicht um besonders schwierige Verläufe oder so von ihren Patienten zu kümmern, anstatt mit fast zu sehr Routinefragen, ich sage mal, aufgesucht zu werden. Ja, also ich sage vielen Dank, hat uns weitergebracht, uns auf jeden Fall, euch hoffentlich auch. Und für den Moment bleibt uns nur, euch allen einen schönen Tag zu wünschen. Alles, alles Gute. Tschüss. Tschüss.